Servus und willkommen zu einem Infovideo von mir, Matt Malek. Ich möchte heute mit euch über ein paar Themen reden, die meinen Kanal betreffen. Das erste Thema sind die Uploadpläne. Uploadpläne werden in nächster Zeit keine mehr kommen. Aber ich habe beschlossen, Let's Plays kommen weiterhin am Montag, Mittwoch und am Freitag. Ich versuche zwischen den Tagen andere Projekte zu bringen. Das nächste Thema sind die Multiplayer Gameplays. Ich werde mich in nächster Zeit von Multiplayer Gameplays distanzieren und mich mehr auf Let's Plays konzentrieren. Das heißt nicht, dass keine Multiplayer Gameplays mehr kommen, sondern nicht mehr so häufig. Und ich versuche ein paar neue Formate ins Leben zu rufen, die nichts mit Ego-Shooter zu tun haben. Das war eigentlich schon alles, was ich euch berichten wollte. Dann sage ich zum Schluss danke für eure Unterstützung und danke, dass ihr das Video bis zum Ende angesehen habt. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann stellt sie mir ruhig in den Kommentaren. 吧, dann schauen sie mir heute in diese Formate. Wenn ihr sie das gerne auf